Radio 91.2. Nur der BVB. Aber nur der BVB. Ja, Brüß und Bernie. Ja, Karneval habe ich überlebt. Jetzt gibt es die Pörler-Vorschau auf Freibier Freiburg. Hör mal, ich mag die Breisgauer. Okay, bei denen ist alles so ein bisschen Bonsai. Die haben, glaube ich, 14.000 Mitglieder. Da haben wir mehr Ordner. Ja, ins Stadion. Bei denen gehen 24.000 Zuschauer. So viel haben wir bei uns, bei Hund, Katze, Maus. Bei einer Messe in der Westfalenhalle. Daneben an. Ja, und was da so gar nicht für Freibier Freiburg spricht, das ist, wann die zuletzt gegen uns gewonnen haben. Das war, glaube ich, da gab es noch hier Leckmuscheln und Puffreis. Und hier das Arschgeweih von Uschi. Das war auch noch richtig modern. Ja, aber sonst ein geiler Verein. Aber hör mal, sorry, Trainer Streich. Bist du mal eine Granate, ja. Aber wenn Viking Drago Haaland am Samstag um 15.25 Uhr tief ein- und ausatmet, ja, und sich mit Krankenscheinverteiler Jespichan abklatscht, spätestens dann, spätestens dann, Trainer, ja, dann fliegen bei euch in der Kabine, ja, die Fliesen verputzt. Ich glaube, am Samstag, da wird es mal richtig dunkel im Schwarzwald, ja. Also, erste Mannschaft von Borussia Dortmund. Fallt über sie her, wie ich über die Currywurst. Und fackelt sie aus dem schönsten Stadion der Welt. Denn für mich und alle Borussen, da gibt es nur eins. Aber wirklich nur eins. Nur der BVB. Aber nur der BVB. Radio 91.2. Mein Dortmund.